Jo Leute, was geht? Willkommen hier zu einem neuen Cryptocurrency Video hier heute auf dem Kanal und ja Leute, viele Leute haben mich gefragt, hey Digga, was hältst du eigentlich von Binance und kannst du dazu mal ein Tutorial machen? Und ich dachte mir, komm, heute machen wir einfach mal ein kleines Binance Tutorial, denn ich möchte mir eine ganze Menge Ether Tokens kaufen und ich dachte mir, komm, wenn ich das schon mache, kann ich es einfach mal aufnehmen, euch auch ein kleines Tutorial dafür machen. Viele haben auch mich darum gebeten, dass ich ein Bitfinex und Bittrex Tutorial mache, das wird wahrscheinlich die Tage auch noch kommen. Auf jeden Fall Leute, Binance ist tatsächlich ein Exchange, bei dem könnt ihr euch einfach mal mit dem Link in der Videobeschreibung registrieren, das ist mein Rev-Link, damit unterstützt ihr mich ein bisschen Leute, denn Leute, ich mache ja auch jeden Tag ein 70 Dollar Bitcoin oder Litecoin Gewähr, das muss natürlich auch irgendwie bezahlt werden, das heißt, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch mit dem Link in der Videobeschreibung registriert, dadurch müsst ihr nicht mehr bezahlen oder sowas. Ich kriege einfach nur einen kleinen Prozentsatz von dem, was ihr sozusagen exchanged, also es fallen ja immer Exchange Fees an und davon kriege ich eben einen kleinen prozentualen Anteil, das heißt, euch schadet es nicht und ihr unterstützt mich ein bisschen und ich kann dadurch die 70 Dollar Litecoin und Bitcoin Giveaways jeden Tag machen. Auf jeden Fall Leute, gibt es bei Binance ziemlich, ziemlich viele verschiedene Währungen tatsächlich, die man exchangen kann und an sich, sobald ihr euch registriert habt, könnt ihr oben einfach auf das Binance Logo klicken, dann seid ihr bei derselben Seite wie ich. Und Binance hat ziemlich viele verschiedene Funktionen, was meiner Meinung nach am besten sind, sind die BTC, also die Bitcoin und die Ethereum Markets, da seht ihr dann halt immer, okay, hier sind die ganzen Währungen, die man eben mit Bitcoin hier bei Binance kaufen kann, das heißt zum Beispiel, was ich heute machen werde, ich möchte mir gerne EOS kaufen Leute, weil ich glaube EOS wird in Zukunft auf jeden Fall noch richtig, richtig hoch gehen, dann sieht man hier, okay, EOS kann hier einfach draufklicken Leute, dann kommt man halt hier zum Marketplace für Bitcoin und EOS, sieht hier die Kurse und so weiter und so fort, sieht hier die ganzen Buying und Selling Orders und ihr könnt dann halt zum Beispiel einfach hergehen und sagen, Okay, ich würde gerne 100 EOS kaufen, ich habe natürlich jetzt nicht genügend Bitcoin dafür und deshalb muss man natürlich erstmal Bitcoin oder Ethereum einzahlen, dafür geht hier oben einfach auf Mittel und geht auf Einzahlung und Abhebung Leute, es geht eigentlich relativ einfach und dann seht ihr auch schon, hier habt ihr dann die ganzen Wallets, die ihr gerade bei der Seite habt, das heißt hier habt ihr eigentlich alle Coins, die hier sage ich jetzt mal auf der Seite tradebar sind und da sind viele von den Ether Tokens dabei, die ich mir gerne noch holen würde, unter anderem zum Beispiel Coin Dash oder so, also die werde ich nach und nach jetzt alle mal holen. Ich dachte mir aber, komm, heute mache ich einfach mal eine kleine Bitcoin einzahlen, also man geht dann einfach hier auf Einzahlen und dann hat man hier seine Adresse und dann steht hier auch nochmal dabei, Anmerkung Coins werden nach zwei Network Confirmations eingezahlt, das heißt das braucht einfach nur eine Transaktion, braucht eben zwei Transaktionsbestätigen, damit sie für Binance erfolgreich ist und ihr dann logischerweise eure Bitcoin, sage ich jetzt mal auf Binance gut beschrieben bekommt, ihr die exchangen könnt, natürlich könnt ihr auch die Währung, die ihr hier exchanget, einfach dann auf Abhebung gehen, das heißt ihr könnt die dann auch auf eure Desktop Wallet oder sowas runterziehen oder halt auf den Exchange lassen, wenn ihr dafür keine Desktop Wallet habt. Zum Testen hier im Video senden wir jetzt einfach mal 0,1 Bitcoin oder sowas dahin, das heißt ihr kopiert dann hier einfach eure Adresse, dann steht da auch erfolgreich, geht einfach auf Senden, je nachdem was ihr eben für eine Wallet habt, je nachdem wie das da aussieht. Ich werde jetzt einfach mal für den Test fürs Video heute 0,1 Bitcoin dahin senden, so Transaktionsgebühren 13 Dollar ist ganz okay, das heißt wir gehen einfach mal auf Senden und senden hier einfach mal ganz entspannt das Ganze rüber zu Binance. So ich bestätige jetzt noch schnell die Transaktion und damit war das Senden auch schon erfolgreich, jetzt muss ich natürlich einfach nur noch warten, bis die Transaktion eben zwei Network Confirmations hat, das dauert wahrscheinlich so bei Bitcoin momentan ungefähr 15 Minuten und dann habt ihr eben hier in eurer Wallet Bitcoin bei Binance und kommt das eben in die verschiedenen Coins Exchanges, das werden wir auch gleich mal machen. So Leute, das Ganze hat jetzt gar nicht mal so lange gedauert, ihr seht auch schon mein verfügbares Guthaben bei Bitcoin ist 0,1 Bitcoin. Ganz entspannt, man kann auch hier bei der Einzahlung auf die History Seite gehen, da sieht man dann auch nochmal die Transaktion, hier steht dann wie viel Transaktion die Transaktion hat, meine hat natürlich jetzt schon zwei von zwei, das heißt ich muss es natürlich jetzt nicht mehr nachschauen. Und wenn ihr euch dann überlegt habt, ob ihr jetzt irgendwas verkaufen wollt oder verkaufen wollt, geht ihr einfach wieder hier zu den Markets und dann wählt ihr eben den Bitcoin Market aus natürlich, wenn ihr Bitcoin eingezahlt habt. Ich möchte mir jetzt tatsächlich ein bisschen EOS kaufen, deshalb suche ich einfach mal nach EOS und klicke dann hier einfach auf den Markt sozusagen, auf den Exchange und dann seht ihr auch schon mal, hat hier die Kurse und so weiter und so fort. Und dann kann ich jetzt hier eben den Betrag, mein maximaler Betrag ist tatsächlich 167 EOS, kann ich mir maximal kaufen von den Bitcoin, die ich hier momentan habe. Ansonsten kann man zum Beispiel auch sagen, wenn man zum Beispiel jetzt ein Bitcoin einzahlt, kann man zum Beispiel sagen, okay ich möchte 25% davon in EOS, 25% davon in irgendwas anderes, ich werde jetzt einfach mal die Hälfte von dem, was ich in Bitcoin eingezahlt habe, würde ich gerne in EOS haben. Das sind dann 88 EOS und an sich klickt man dann einfach auf Kauf EOS Leute und das war es eigentlich schon, ihr seht schon erfolgreich, hier wird jetzt sozusagen meine Order sozusagen gestellt und die wurde auch direkt gefüllt, weil ich eben hier einfach zum aktuellen Preis sozusagen gekauft habe. Ich habe hier keine Limit Order gemacht, ihr könnt natürlich hier auch sagen, okay ich möchte EOS kaufen, sobald der EOS bei, was weiß ich, so und so viel Bitcoin zum Beispiel ist oder besser gesagt bei so und so viel Satoshi ist und meine ist jetzt, wurde jetzt bereits ausgeführt, das heißt wenn wir jetzt einfach mal hier auf die Einzahlung, Abhebung gehen, dann müssten wir jetzt hier gleich sehen, ah okay ich habe jetzt hier tatsächlich 88 EOS, das heißt die Hälfte von dem, was ich eingezahlt habe, habe ich jetzt tatsächlich in EOS. Die könnte ich mir natürlich jetzt auch in meine Wallet abheben, werde ich wahrscheinlich auch machen oder ich lasse hier einfach auf den Exchange und zum Beispiel für den Fall, dass man jetzt EOS hat und EOS verkaufen will, ist das Spiel eigentlich genauso. Ich möchte zum Beispiel jetzt EOS in Bitcoin verkaufen, dann gehe ich hier auch zum EOS Bitcoin Markt und dann kann ich hier einfach auf Verkaufen gehen und dann sage ich zum Beispiel maximaler Betrag, okay ich möchte 87 EOS verkaufen, gebe dann hier 87 EOS ein und dann seht ihr auch schon, bekomme ich hier meine Bitcoin sozusagen wieder zurück. Also es funktioniert in beide Richtungen. So von den anderen 50% habe ich mir jetzt gar nicht überlegt, was ich mir noch holen will. Ich würde sagen von den anderen 50% hole ich mir noch ein bisschen CoinStamp, wie ihr auch seht es gibt hier noch IOTA, es gibt hier wirklich alles, es gibt hier Ripple, alles mögliche, das heißt eigentlich, hier gibt es eigentlich alle relevanten Währungen. Sagen wir es einfach so, man braucht eigentlich nur Binance, mehr braucht man eigentlich nicht und ich würde sagen, wir gehen jetzt tatsächlich her und holen uns noch ein bisschen CoinStamp, das heißt wir gehen hier wieder rüber, zack und gehen hier einfach in die Suche, das geht eigentlich immer am schnellsten. CoinStamp, wo haben wir es hier? Kutum, nee, QSP, hier haben wir es auch schon, gehen wir direkt mal drauf. Und jetzt können wir tatsächlich einfach auf 100% klicken, das ist jetzt die andere Hälfte von dem, was ich eingezahlt habe und davon hole ich mir jetzt CoinStamp, das heißt, let's go, einfach auf Kaufen, erfolgreich und die Order wurde an sich auch schon direkt gefüllt, was auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice ist. Ich hoffe, ich konnte jetzt einigermaßen erklären, wie Binance funktioniert, ich meiner Meinung nach ist es momentan der beste Exchange, den es momentan gibt, wie gesagt, registriert euch auf jeden Fall mal mit dem Link in der Videobeschreibung, würde mich auf jeden Fall freuen, damit unterstützt ihr einfach die Daily Bitcoin und Litecoin Giveaways und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend noch in einem Ripple Video, das heißt schaut auf jeden Fall vorbei, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim IOTA kaufen oder was auch immer, bis dann, ciao, ciao.